hallo mein lieben und herzlich willkommen hier ist wieder euer heinz und wir fahren den zweiten teil der wales rallye great british also großbritannien oder england oder wie man so nennt ja großbritannien sagt man mal lieber weil england ist eine gleich großbritannien nicht für alle die dies noch nicht wussten kleines späßchen ja das ist ja auch ein bisschen anspruchsvoll die sind zwar kurz knackig aber mit dem regenwetter ist das immer so ein ding so wir müssen hier aber noch mal reparieren oh ja vom letzten mal noch so weil gerade bei der nässe wenn man dann schlechte reifen hat wird es ganz schlecht werden so ohne würde ich sagen starten wo die wertungsprüfung für so unvorhersehbares wetter kann regen schnee eis und nebel auch noch nicht das auto sieht zusammen aber also machen da mal wenn das richtig dreckig ist noch ein foto jetzt machen wir kein foto jetzt machen wir die karre erst mal mistisch es scheint mir ein bisschen die sonne es scheint mir die sonne aber deswegen ist er lange nicht drauf links 3- vollgas so hör es wieder mal können sie ach vollgas gut rechts 3- macht zu sehr lang müssen wir doch ein bisserl weil das schwirrt wir haben zwar jetzt schöne reifen drauf in links 3- macht zu auf gefahr sprung auf sprung in links 4 ne da hüpfen wir nicht im beam auf rechts 2- in links 2 für spitz links auf sprung auf spitz rechts bremse in links 1 plus durch wasser öffnet sich gut wasser gut wasser wir haben wirklich ein fitzl hier schön hat doch das fitzl für links 2- schneiden in rechts 2 in kuppe macht zu auf links 2- macht zu auf rechts 2- in kuppe auf achtung sprung in rechts 5 auf links 2- in kuppe auf rechts 1- nicht schneiden Oh Gott, das wäre ein bisschen schlecht mit den Felsen, wäre das ein bisschen schlecht. Das ist ja nicht so, das ist so, aber ein Überschwung. Gefahr, Bremse, links 1, in rechts 1, nicht schneiden. Auf rechts 5. Für links 3 minus, halten auf rechts 3, sehr lang, macht zu. Oh ja, das ist so ein schönes, oh, wir nähen, auch hier wird genäht. So. Oh, zack, meine Güte, das ist ja mal, äh, äh, Aktion hier, Aktion, der andere wird direkt schön so, ey. Oh, schau, lieber, äh, 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 da müssen wir mal hier, oh Gott, oh Gott. Oh jei. Auf rechts 3 minus, lang, macht zu, rechts 2 minus. Auf links 3, macht zu, links 2 plus, in rechts 4 minus. Achtung, Haarnadel rechts, auf Haarnadel links, nicht schneiden. Mal wieder die Nord, neun, 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 du, müssen wir hier. Das wird eine Nord. 50, rechts 3 minus, nicht schneiden, und geschafft. Nicht schneiden, und hier, mach ich schon wieder, nicht gefährlich, wir sind wieder vor dem Eingang hier. Und es an die Mauer, ja, so sieht die Korridor richtig schön aus fürs Foto, ja, ist richtig schön dreckig. So, Platz 1. So, das nächste. So, so, Spiceberg. Man kann ja mal sagen, wie man es so sagen muss. Ich glaube, das ist schon mal in meinen Videos. Ich wiederhole mich immer gerne, habe ich gesagt. Ja, ja. Sag immer alles zweimal. Oh, nicht missverstanden. Oh, wei, ja. Oh, ja, da kann ich euch sagen, was was los ist hier. So, es ist auch noch ein bisschen schmutzig aus, damit es ein bisschen noch hellig aussieht hier. So. Ja, ne, das machen wir mal bestätigen. Nochmal ein bisschen in Positur setzen hier. Los, los. Das sind ja eine relativ traurige Straße, aber trotzdem lassen wir uns hier nicht täuschen. Lassen wir uns dann. Achtung, Bremse, links 3, macht zu, links 1. 40, links 3, halten. Auf, rechts 2+, Bremse, auf, rechts 1-, Bremse, auf, rechts 1-. Schikane, rechts, links. Schikane, jetzt werden wir schon wieder schikaniert hier, Dules. Ist nicht zu fassen. Auf, Achtung, rechts 4, macht, stark zu. Rechts 1, auf, links 2-, öffnet sich, auf, Kuppe. In, links 3-, auf, Bremse. Rechts 3, Erzweigung, Macht zu. Auf, rechts 5, Minus, Macht zu. Rechts 2, Plus, in, links 3. Auf, rechts 4, in, links 2, Macht zu. Links 1, auf, rechts 1, Minus. Das ist ja wieder herrlich. Auf, Bordewelle, innen, links 3, Lang. Macht zu, links 2, Lang, in, rechts. 2, kurz, halten. 50, Fahrnadel links, nicht schneiden. Mit der Genet. Auf, links 4, auf, Achtung, rechts 4. Macht zu, rechts 1, auf, links 2, Minus, öffnet sich. Für, rechts 1, auf, Erzweigung, links ab, in, rechts 2, Plus, kurz, auf, links 2, Plus. In, rechts 2. Für, Gefahr, links 3, Plus, Sprung, Bremse, in, rechts 2. Auf, links 3, Minus, auf, Bremse, links 2, Plus, hin, rechts 1, Minus, öffnet sich. Für, Fahrnadel links. Und noch mal näher hin. Für, Spitz, rechts, macht zu, rechts 2, sehr kurz, hin, links 2, Plus. Auf, links 2, kurz, hin, rechts 1, Plus. Auf, links 2, Plus, hin, rechts 4, halten. Für, links 2. Auf, Spitz, links, Bremse, in, rechts 3, Plus, macht, stark zu, rechts 1, Plus. 30, links 2, in, rechts 4. Auf, Fahrnadel rechts, breit, rechts schneiden, in, links 3. Auf, rechts 4, Achtung, in, links 5, macht, stark zu, links 1, Minus. Oh Gott, irgendwann, was hab ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich ein bisschen durch in den anderen gekommen, Minus. Rechts 4, nach, start, Haarnadel rechts. Für, links 1, lang, auf, rechts 1. Oh, das ist, hör bitte, das ist ja wieder nur ein Kürfchen, jo Mensch. Bist du ja nur am Arbeiten, jo. Ja, links 2, Plus, öffnet sich. 100, Achtung, rechts 1, Minus. Auf, Sprung, Spitz, links, in, Sprung, Spitz, rechts. Für, links 2, macht, tief, hin, rechts 5. Für, Fahrnadel links, breit, nicht schneiden. Jetzt hab ich wieder keine Anzug, jo. Auf, links 2, auf, Sprung, in, Spitz, links. Für, Achtung, bremsen, rechts 3, Abweigung, macht, zu. Auf, links 2, Minus. Für, rechts 2, Plus. Auf, links 3, in, rechts 1, Minus. Auf, links 4, macht, Start, zu. Links 1, auf, rechts 5. Auf, Achtung, Fahrnadel rechts, breit. Für, Achtung, links 3, Minus. Macht, zu, links 1, Minus, hin, rechts 3. Macht, zu, rechts 2, schneiden. Für, links 3, Plus. Auf, rechts 2, Plus. Auf, links 2, kurz, in, rechts 3. In, links 2, Plus. Halten, auf, Achtung, rechts ab. Auf, links 2, Plus. Auf, Spritz, rechts, in, links 2. Und, ich bin's links, lang. Ne, Quatsch, da lang. Sie sind falsch, falsch abgebogen. Eieieieieiei. Auf, links 3, Plus. Öffnet. Auf, links 3, Plus. Öffnet. Lang, hin, rechts 3, Plus. Öffnet. Ach, kein Laurenkabel. Gehen wir dann in der Vise? Immer hab ich das im Video, Mensch. Sehr eng. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja noch wirklich. Das ist eine Schäle strecken, muss man also schüllen, muss man sagen. Nacht zum Wohngeschaft. Ins Ziel geschlittert, ins Ziel geschlittert. Oh, doch, erster, erster, erster. Nojo, bei dem Rumpf, ich dachte immer, wir manchmal so langsam gefahren sind. Aber so kann man sich täuschen, so kann man sich täuschen. Und ich wiederhole schon wieder alles, das ist eben, ich bin eben so. Ach, wir haben gleich noch eins nacheinander. Oh, da muss ich ja noch mal einen Schluck nehmen, muss ich ja da noch mal ein Schluckchen. Ja. So, trägst du das Bild, hatten wir schon. Na dann auf zur letzten Runde hier. Mal gucken, feucht ist es wieder, wie immer. Wie die ganze Relle, schon scheint es verschillende Sonne ein bisschen. Oh Gott, das ist ja ein Wetter. Auf, gefahren, sprung, auf, sprung, in, links, vier. Auf, rechts, zwei, minus, in, links, zwei. Für, spitz, links, auf, sprung. Auf, spitz, rechts, bremse, in, links, eins, plus, durch Wasser, öffne sich. Das Menü, die ist immer noch schon mal geformt. Für, links, zwei, minus, schneiden, in, rechts, zwei, in, Kuppe, macht, zu. Auf, links, zwei, minus, macht, zu. Auf, rechts, zwei, minus, in, Kuppe. Auf, Achtung, sprung, in, rechts, fünf. Auf, Kuppe, links, drei, in, rechts, drei, minus, schneiden. Durch, Tor, macht, zu, rechts, zwei, minus. Als würde ich schütteln da ab, wie krass das Sankt war. Macht, Kuppe, nach, rechts, drei, minus, in, rechts, drei, minus, in, rechts, zwei, plus. Die haben wir immer vornen können, jo. Auf, links, zwei, nicht schneiden. Auf, Achtung, links, eins, minus, nicht schneiden. Auf, rechts, eins, nicht schneiden. Die Felsen, wir, wir, wir. Für, rechts, vier. Für, wir fahren, bremsen, links, eins, in, rechts, eins, nicht schneiden. Auf, rechts, drei. Für, links, drei, minus, halten, auf, rechts, drei, sehr lang, warte, zu. Auf, Gefahr, Haarnadel, links, weit. Auf, rechts, fünf, auf, links, vier, Vollbremsung. Auf, Haarnadel, links. Auf, rechts, drei, minus, lang, warte, zu, rechts, zwei, minus. Auf, links, drei, warte, zu, links, zwei, plus, in, rechts, vier, minus. Achtung, Haarnadel, rechts, auf, Haarnadel, links, nicht schneiden. Die ist recht. Da bleiben wir ein bisschen am Gelände aufhängen. Und hier haben wir ein schönes Gelände. 50, rechts, drei, minus, nicht schneiden. Und, geschafft. So. Haben wir ja geschafft. Haben wir auch geschafft, du. Na doch. Oh, Trophäe erhalten, Wales. Die Trophäe erhalten. Menschen, es geht da. Was ist denn noch eine? Erster Schritt. Oh, erster Schritt. Nicht da. Tada. Gute Arbeit. Tada. Machen Sie was? Für die bereit? So. Sie haben die Junior Rallye Weltmeisterschaft gewonnen. Glückwunsch. Oh, jetzt läuft es nochmal durch. Hier wollen wir uns das nochmal angucken. Wir gucken uns das nochmal an. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen pranzen. Nicht da. In Finnland waren wir dritter. Ja, das ist ein bisschen, das kann halt mal passieren. In Finnland. Sehr schön. Das ist sehr schön. Wir genießen das noch ein bisschen. Ja. Ja. Kommt jetzt auch. Jetzt fängt es nochmal von vorne. Ah ne, das muss ja noch nie. Also ganz so. Oder lassen wir es nochmal laufen. Kleiner Schatz. So. So. Bim, 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 bim. So. Dann müssen wir jetzt gucken. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Ob wir vielleicht schon in der nächsten Hörer-Stufe das nochmal fahren können. Oder ob wir dann, wie gesagt. Ihre Saison in der Junior-WRC hat Ihnen neue Vertragsmöglichkeiten eröffnet. Am Ende jeder Saison werden Ihnen ein oder mehrere Verträge angeboten. Die Vertragsbedingungen können von Ihren Leistungen während der Saison sowie von den Zielen des Teams beeinflusst werden. Aha. Hm, können wir uns jetzt doch nochmal einen neuen Vertrag annehmen? Obwohl, wir haben da jetzt. Was? Was? Hä? Wir können doch hier gar nichts mehr machen. Achso, doch. Jetzt können wir. Tja. Bedingungen. Seien Sie schnell. Schäden sind irrelevant. Gefällt mir schon immer. Bedingungen. Geben Sie Ihr bestes und heilendes Auto in bestmöglichem Zustand. Ne, das ist nicht gut. Seien Sie vorsichtig. Ne, das ist nichts für mich. Seien Sie schnell. Schäden irrelevant. Mini Cooper. Mini Cooper. Was haben wir hier? Geben Sie Ihr Bestes im besten Männchen Zustand. Seien Sie schnell. Schäden sind irrelevant. Ne, wir hatten ja jetzt die Träume. Ein anderes Auto. Vertrag 6 von 6. Entweder nehmen wir ein Mini oder wir fahren mit dem Ford. Ford war doch auch, wo wir einfach losrasen können. Seien Sie schnell. Ne, wir suchen uns mal noch den Mini aus. Hier, wir nehmen mal Mini. Mini. Rallye Weltmeisterschaft 2. Fünf Jahre Erfahrung. Willkommen im Team. Ach, es geht doch noch ein bisschen weiter. Da gucken wir doch mal in den Kalender. Gucken wir doch mal. Schweden. Gucken wir doch mal ein bisschen. Da können wir doch noch weitermachen. Die Schweden. Rallye. Ich dachte schon, das wäre jetzt zu Ende. Aber das wusste ich schon nicht. Naja, nochmal Rallye Portugal. Italien. Naja, nochmal Polen. Naja, nochmal Finnland. Und nochmal Frankreich. Naja, meine Lieben. Da müssen wir das eben dann noch einmal machen. Naja. Was heißt müssen? Müssen müssen wir nicht. So, und was fahren wir jetzt? Das müssen wir. Kalender Rallye Schule. Team. Rallye Team. Ach, Colin Tyler. Euro Lamp wird Rallye Team. Team Moral gut. Nächste Rallye. Ne, die machen wir jetzt nicht. Das machen wir ja jetzt nicht. So, naja. Da haben wir uns ja jetzt verbessert. Die Junior Rallye haben wir geschafft. Und jetzt fahren wir. Keine Ahnung. Wie die Hillstabschützer. Wir haben das noch nicht so verstanden. Eins, zwei. Ach, hier können wir noch gucken, was wir dann alles so tun müssen. Wie du. Aha. Nicht da. Nicht da. Gut, meine Lieben. Ich glaube, Schweden hat man ja noch nicht dabei. Ne, hat man nicht. Na ja, meine Lieben. Da würde ich sagen. Yep. Würde ich sagen, beenden wir das. Haben wir den ersten Teil geschafft. Da geht es noch weiter. Und das ist ja gut. Da können wir noch ein bisschen weiterspielen. Ja. Da können wir noch etwas weiterspielen. Ja, meine Lieben. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Heinz. Ich freue mich über Däumchen.